ARD Text im Auftrag von Funk Okay, dann gehen wir links Peter Gehen wir Jay Ich hab das Spielprinzip jetzt hier noch nicht hundertprozentig verstanden Aber wir spielen einen neuen Modus Und ich hab gerade aktuell leider noch keinen Greenscreen Das ist ja nicht schlimm Peter Hier findet das Game statt Achtung Bram hinter dir Jay, hier ist ein Tower, den du machen kannst Gib den Schild, dann musst du da weg Nee, ich muss da kurz den noch kaputt machen Links oben, einer, links oben, einer Also hier bei uns ist glaube ich gar keiner Muss da weg? Wieso muss ich da weg? Ich mach ihn Ich mach ihn nicht Ja, die laufen da durch glaube ich, oder? Genau, alle Minions, die jetzt in diesen Schredder reinbringen Geben halt Punkt Ja, ich bin tot Du tankst ja auch die Minions Was? Muss ich die Minions tanken oder nicht? Ähm, wir am besten mit Fernkampf kaputt machen Die laufen über die Straße ganz normal Und in der Zeit kannst du die abballern Alright Und ich bin auch nur ein Schilder und kein Heiler Ja, wieso haben wir keinen Heiler? Gefällt mir nicht Ein Supporter ist reich Ein Supporter ist reich Hat der so viel Geld oder ne? Oh nein! Ein Supporter Richtig rich Da ist Barack Obama, Junge Glaubst du kannst was, Barack? Barack, glaubst du kannst was? Alter, der eine steht da nur AFK rum Das hat ein bisschen was von den Transformers, kann das sein? Ja, das ist ja hier ein Scheißspiel Ich hab grad einen AFK gekillt, Alter Was geht ab? Oh, 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 oh Okay, jetzt müssen wir die Minions da reinbringen Alter, der Barack ist immer noch da hinten am Start Der Barack hat aber Minions durchgelassen Barack ist echt in der Minute Barack, ich hab Barack gekillt! Dann taunting, taunting Achso, ja genau So, jetzt bin ich wieder am Start Also, die Minions müssen hier in dieses Kann ich da auch reinbrennen? Solltest du nicht, selbst wenn es geht Okay, ich probier Hast du es schon mal ausprobiert? Ich hab das schon probiert Ich hab das schon probiert, da passiert nix Langweilig Ja, der eine macht uns da irgendwie, keine Ahnung Du wirst hier immer so ein Heilding, ey Da kamen auf einmal Typen aus dem Nichts Ja, ja, genau, da sind die neue Minion-Welle Ja, dann machen wir die doch mal ganz kurz weg Guck mal, da ist immer noch auf dem Barrack, ey Boah, ich hab keinen Bock mehr auf dem Pum, Junge! Ja, man, nice, das war schön Neue Schild Okay, ich geh wieder zurück Ich geh wieder zurück Oh nein, ich werd gemacht Ja, ich komm zu dir Hilfe Oh Gott Jetzt läuft es echt gut Oh, jetzt haben die Links drei Ja, jetzt haben die Links mehr, Leute Hier kommt so ein Sith auf mich zugerannt Komm auch, Jay Komm, den Sith kriegen wir Den kriegen wir Hinter uns, hinter uns die Bogen-Tante Hinter uns die Bogen-Tante Okay, der Sith ist down, Junge Und jetzt der andere BOOM Oh, okay, der hat ein Schild, der hat ein Schild Okay, ich krieg gerade richtig Damage Du hast jetzt auch nochmal ein Schild Ich weiß auch nicht Ob das so gut ist Jawohl Oh, jetzt ist Beric Jetzt ist Beric auch noch hier Ja, ja, jetzt müssen wir weg irgendwie Oh, oh, er hat dich, er hat dich, oder? Alter, was geht denn hier? Ist gleich ein neues Schild, Peter Neues Schild Schnee, jawohl Wie sexy Oh nein, er hat mich trotzdem Oh Gott, das war so sexy kurz Und dann war es hässlich Alter, ich brauche so eine Healing-Station oder sowas Oh, Leute, der hat mich Der hat mich komplett Ich brauche so eine Healing-Station oder sowas Ich habe die ganze Zeit kein Leben Komm schon Aber du hast dann nur Schild wieder Okay, ich komme wieder Dalu, wie ist die Lage links? Wir hatten da links, ja, alles geht hier durch Was ist denn los? Rechts ist safe Wer übrigens noch Geld überhat Hier kann man die Minions in der Mitte spawnen Zwei Roboter jeweils Komm, den Barrel kriegen wir, Jack Komm, er verpiss sich, Junge Niemals Ich gehe kurz zu Bram rüber Er verpiss sich Ich bin auch gleich da, Bram Wo ist der Barrack? Okay, ich muss mich zurückziehen Zurückziehen, zurückziehen Ich beherrsche Barrack, Junge Der hat gelieft Der hat gelieft, der Lutscher Ja, was für Lutscher, dann machen wir die jetzt mal in Platz Rage quit Rage quit, weil ich den Platz mach, Junge Ja, wer will auch schon mit Level 43 so krass verlieren? Ja, gegen so ein Ups wie uns Das ist mein zweites Spiel Jay, warte Shield kommt Oh, nice Das hält schon ganz schön Okay, da ist jemand zurückgekommen Oh, One Last Time ist oben in der Mitte und schießt da auf euch Ne, habt ihr das schon mal gecheckt? Oh, den hole ich jetzt, den Wichser Ich weiß gar nicht, wie man da hinkommt, ehrlich gesagt Dalu ist da gerade auch in der Nähe Wir kämpfen gegeneinander Geht mal euch Jawohl, Bram Oh, war ich genau Dalu, ich bin bei dir Okay, okay, okay Ich geb dir nochmal ein Schild Dann kenne ich mich auch ein Komm her, Arschloch Schöner Strand Ja, nice Kombi, Alter Easy Die Minions laufen durch Neues Schild Der LaFrueda, der, der, der den Sith spielt, den Bram letzte Runde gespielt hat Der ist richtig scheiße So, jetzt ist unser Schredder hier kaputt Weil wir 250 Punkte haben Jetzt müssen wir weiterlaufen als die Das ist ein scheiß Schredder Toll Der wird's zeigen, meine Mombe Komm, Jay, neue Shield Boom Level up Blink, blink, blink One Last Time will aufgeben Oh, schönen Tackle hier Neue Shield Hinter dir, Teleport Oh, ich hab das Gefühl, dass ich gerade richtig Nein, komm Von rechts, Peter Da kann ich nix machen Ganz viele Oh Gott, ich muss fliehen Ja Ist das gar nicht ein neues Schild? Faggot Oh, die sind ja durch Ja, durch, ja noch nicht Ja, okay Kann das sein, dass wir jetzt alle auf einer Lane sind Und die andere komplett frei Wo bist du denn? Äh, ja, was macht ihr denn hier? Ne, wir sind links Wo bist du? Ich bin rechts Und alle anderen sind auch rechts Ja, dann ist ja richtig Achso Ich komm auch rechts Hilfe! Aber wir machen jetzt sofort Punkte hier links Ja, jetzt wird gescored Rechts haben wir gescored Ich finde das irgendwie ein bisschen strange, wie wir hier Punkte machen Die opfern sich für uns Sie opfern sich Die Opfer wird niemals vergessen Wir haben denen nur gesagt, dass da die Werkstatt ist Oh, ich bin tot Scheiße, ich hab nicht aufgepasst Du müsst da rein Den Gedanken noch an all die ganzen armen Seelen, die jetzt drauf gehen Nur damit wir gewinnen in einem Online-Game Dafür gucke ich Bram zu, wie er einfach dumm durch die Gegend läuft Schön machst du da Bram Das stimmt gar nicht Schön laufen Ja, schön Geradeaus Geradeaus immer schön weiterlaufen Was machst du denn jetzt? Ich werd hier voll gemacht Wurde mal ne Falle Ey, Sepp hat übrigens Probleme auf der Endlane Ja, juckt ja keine Sau Ja, aber ich push einfach Das ist wichtiger Okay, das heißt, ich muss jetzt auch mal rechts rüber, oder was? Ähm, Jay, wie viel Münzen hast du? 600, 800, 900 In der Mitte müsste zwei Roboter stehen hinter dir 1700 Und jetzt geradeaus Müssten zwei Roboter so links und rechts stehen Die du wieder spawnen kannst Naja, ich hab nicht 1200 Du brauchst doch rechts Hilfe, oder? Ja, ist auch richtig so Aber einen kann ich spawnen Ja Wo ist der andere? Da, wo Jay gerade auch war Direkt daneben Aber ich komm, Peter Ich komm, ich mach ihn Eee Hinter euch ist wer, ne? Oder? Ne Hä? Hast du gefunden, Bram? Ansonsten bei mir, wo ich jetzt stehe Und wer bist du denn noch? Äh, da steht ja der Name drüber Er hat einen gekillt Hinter dir Hinter dir Ich weiß, hier sind voll viele Gegner, ey Jungs, rechte Lane ist echt ein bisschen kacke Ich komm, Peter Ich bin bei dir Den mach mal den Typ Ach, Quatsch, Peter Hier ist alles easy Boah, den Typ machen wir Oh, ich muss fliehen Oh, ich bin langsam Oh Mein Gott, bin ich ein fettes Stück Scheiße, ey Überlassung Ja, wer ist das denn? Der Siss ist doch Ja, aber wie ich ihn gefickt hab In sein Anus Oh, da muss ich weg Sepp-Schild Da oben, da oben ist irgendwie ein böser Tower Der ist echt nicht geil Plink, 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 plink Tower ist da oben Ja, den haben wir Und, der Sound ist doch schön Ja, der ist Kling, kling, kling Du bist dem Signal Ich kann nicht fliehen, Junge Ich kann nicht schmecken Ja, Gaben hat sich bestimmt auch so ein privates, äh, kleines Ding hier gekauft So ein, so ein, so ein, so eine riesige Map, wo das ganze Geld reinläuft, was er sich verdient Guck mal, wenn er da nen Schlüssel kauft, kommt auch Bling, 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 bling Da läuft das Geld, da läuft das Geld auch immer in so Heizöfen rein Jetzt verspotten Bam, Junge, in den Leader Oh, hier ist doch ein Deutschlandschwertkämpfer Und dieses Spiel macht mega Laune, Alter Kommt der Siss ist auch, da, die können ja nichts Ich bin schon krass, wie wir es gleich gewonnen haben, ich bin noch nicht mal bei Ulti-Level, ey Ich hab gerade Ulti-Level gekriegt Ich noch nicht Ich verstehe meinen Champion nicht Aber ist cool Hier auf der rechten Seite brauchen wir nochmal Hilfe Der drückende Gegend Ist dann wieder aufgestiegen, zack, direkt den nächsten Punkt hier verteilen Guck mal, der ist wieder ein Gegner, one last time Oh Gott, er holt sich zu mir, das ist immer clever mit dem Tag Bam, Junge Oh, ich bin echt gestorben Vendetta Jeder, kannst du noch nie machen Wir führen da gerade Wir führen da Kling, 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 kling Slapd aus dem Schild, komm, wenn man die mal war Aber, aber, der macht Schaden Da sind ja auch drei Ich muss ihm an ihm zugucken, da, Lukas Was, das sind drei? Ja, da sind drei Stück Oh! Meinst du, wir haben den Arsch extra so fett gemacht wegen Tracer? Da sollte man nicht hier laufen Oh, ich hab hier so ein Problem Komm schon Du bist voll das fein Stück, Alter Wenn du was zum Springen mit einem geben Ist der umgefallen eigentlich? Nee Ich glaub, du bist der Einzige, der aktuell lebt von uns Ja Jetzt kommt nämlich das große Die große Wir brauchen nur noch 30 Punkte, ey Du musst doch noch mal sein Ja Wie hab ich denn einen Wie hab ich denn jetzt einen gekillt? Das Dalu Post Äh, Assist? Nee, ich hab K.O. stand oben Wenn du Assist machst, dann steht da oben links Assist, oder? Ja, eigentlich schon Naja, vielleicht ein Tower, den du aufgebaut hast oder so Das kann auch sein Whatever Ich hab verspottet Da stand jetzt verspotten Also hab ich verspottet Wenn wir ein Spiel so weit saft, nach 10 Punkte Dann haben wir gewusst Ach, vielleicht weil du bei Dalu zugeguckt hast Noch zwei Dalu Dalu Dalu, du kleiner Schnell noch die Ultimachen Bevor sie nutzlos nachkommen Ja, easy game Was können die Gegner denn? Herausforderung abgeschlossen Disconnecten können die Ja, das können sie wirklich Das war irgendwie zu easy Ja, wir haben halt gerulert Was willst du machen? End, End, Punkte 500 zu 160 War schon eindeutig In der Tat Ziemlich knapp War schon sexuell Ich möchte gerne sehen, was ich jetzt hier bekomme Aber sie hatten ja Level 44er Geil Helping Hand Okay, was Moment, da kann ich jetzt sofort nochmal vielleicht reingucken Das ist Statistik Kann ich Alter, ey, Peter, ihr meiste Kills Bestes Score Alter, Peter, was ein Monster Geht I know, I know Weißt du Splitter? Jawoll Na, ist das dein Weißt du? Moment, du hast meistens Splitter? Wieso ist das nicht bei Sepp, Junge? Schäkel, Schäkel Wird viel mehr Sinn ergeben So, kann ich jetzt hier theoretisch Ich habe jetzt Charakter Level 2 erreicht Das heißt, kann ich jetzt damit machen mit meinem Charakter? Ähm Mit Level 3 kriegst du, glaub ich, was Ähm Kriegst du, glaub ich, ne Box Oder? Bin jetzt in der Kommandozentrale Genau Du bekommst nicht nur ne Box Du bekommst in den Charakterlevels Ähm, auch noch unterschiedliche Fähigkeiten Ihr habt ja immer bei jedem Level Up die Möglichkeit Den linken oder den rechten Skill auszuwählen Und je höher euer Charakter ist, dann kommt noch ein mittlerer Skill dazu Okay, ich kann jetzt, wo ich Level 3 geworden bin, Konfigurationen erstellen Ja und du müsstest ne Kiste haben Mit Loot, bei Gear Also bei Ausrüstung Genau Ich hab's auf Deutsch Achso, ja und dann bei Packs Das heißt bestimmt auch so auf Deutsch, oder? Ja, stimmt Alter Und die machst du einfach auf und dann kriegst du ein paar coole Sachen Hier direkt Case Opening noch Jetzt halt doch mal deine Fresse Oh fuck Die labert hier immer die ganze Zeit Kann drei Teile mit in den Kampf geben Ja, halt's Maul Okay, was ist mein Paket? Neues Paket kaufen Seltenes Beutepaket Genau Genau, das kannst du aufmachen Oh, wird geöffnet Oh! Oh! Alter, die labert die ganze Zeit Okay Cool Guck mal, was hast du gekriegt, Peter? Alles nur goldene, ne? Ich hab... Boah, die labert die ganze... Die labert immer noch Boah! Ich hab ein kaputtes My Fist Medikit bekommen Und... Und... Ein Rejovanie Booster Und ein hartgesottener Geist des Windes Das ist irgendwie eine Cola Flasche oder sowas Sprint Tempo erhöhen Und ein Helm Visier Oh! Kostet allerdings alles, Geld zum Aktivieren Ne... Genau, du kannst drei Items kaufen Also drei Items ins Loadout mitnehmen Und die kannst du ingame, wenn du die zwei drückst, kaufen Genau Das ist eigentlich ganz geil, weil ich hatte teilweise echt... Also bei dem ersten Spielmodus hatte ich echt Geld über teilweise Stimmt, da denk ich aber auch nie dran Kannst du einfach so zwei drücken und dann kannst du eins davon aussuchen? Ja, du kannst dann kaufen, wenn du... Egal wo du bist, überall Einfach, wenn du das Geld hast, zwei drücken, kaufen Cool, das hätt ich mal machen sollen, ey Mensch Wär vielleicht ne Idee gewesen... Oh, ich kann mir nen Titel geben, ne? Oh, jetzt labert ich schon wieder Ohhhh! Oh Gott, jetzt verliere ich auch noch meinen Witzit Ja, du bist auch voll Noob, die musst du ja erst alles klären Alter, es gibt ganz schön viele Titel Mein Titel ist... Holzfäller los! Holzfäller los, was ist das für ein Scheißtitel? Auf Englisch macht das wahrscheinlich alles viel mehr Sinn Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen Lumberjack Go! Ja, ist sogar richtig, heißt aber Lumberjack Go Guck mal, kannst du mal sehen Gut, das war die zweite Folge Battleborn Ne kleine Rasur Seid ihr von uns vielleicht nicht gewöhnt Aber manchmal muss das sein Wenn ich halt aufnehme, dann läuft das so Bis zum nächsten Mal, haut rein! Ciao! Tschüss! Schöne Ja